Prozent das ist ein bisschen gelassen Prozent noch dafür werden wir es sind gebrauchen oder und das ist nicht das was wir heute kam ich mich nicht ganz täuschen wir haben wir haben 60 Jahre das dürfte nicht reißen mann nicht die X mit nicht um um schnell mal 8 Sticks hingezimmert ne Eifenschaufel die Eimer tut ich mal wieder rein ein ein gut die Mord für Wünste also ich habe ein Fünster das ist so hat das Städte inzwischen das ist Klaus zauberst damit sind danach gehen wir erst mal drinnen Blitz die Mürburton es ist aber ein Ziel ist den Schönen Schuhen es kann nicht sein und und Lübe nicht Paul und Back darauf damit Prozent wir haben oben in die Wüste und die Leitz zu uns Prozent sein wir haben genutzt Prozent was ins Gleis Korn die Nutzung überlegen ich möchte jetzt an zu holen dann hätten die 5 3 wollen mit und gehen dann jetzt zu wüsten Regionen auf uns zu holen nun schon mit wobei doch wobei man das dürfte nicht reißen mal nicht mehr kann ich auch zu meinem 2. Haus gehen und und wir brauchen noch wir müssen aber auch wieder zur Hölle gehen wir werden uns noch ein paar Tiefen Schienen machen damit wir uns um unterirdisch sofort bewegen können und in der Hölle es ist wissen wir nur das zu finden würden ich habe die Klappe dennis noch wir haben schon ich habe nicht mehr zu schweigen hier die Eier sich nicht mitnehmen sollen nach das ist sehr interessant an zu haben die Unternehmenskelett Geräusche es beruhigt mich ja sehr s nach Schafe brauche ich mich abzuschlachten wir haben eine Schafsfarm das einzige was ich abschlachte sind immer noch Tiere die Fleisch geben Fleisch ich genau gleich in der Wüstenregion WTF was ist das oh kleine Butterboot schnitt und welchen wir zu haben ja es ist auch gelesen Prozent was soll es machen ich mache jetzt mal was Prozent 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 hoch zu drehen Zudel und die Götz Nürn Maschinen Nürnz Anlage nur ich bin manchmal in der Wüstenregion noch ein bisschen um nein, das sollte jetzt passieren wenn ich mich verlaufe, muss ich dir eine Karte holen ach dann, da ist die erste Schafe schon kaputt haben wir eigentlich Taktus? äh, nein nehm ich welchen mit ja, wir sind nicht, bräuchten wir oh, ganz zu hell stopp wär nicht fallig schneller als Müselwasser einfach irgendwie Sandabbau und zu den Kakteen gehen es ist was cooles, wenn man so wie fällt spontan jetzt das ein, wenn man zu dritt spielen könnte, wäre das Hammer gut, was zum Beispiel einer ist immer zu Hause und macht jetzt wie du jetzt Farm oder so wir haben zwei in der Höhle sind fangen wir jetzt von einem ist das Inventar voll der wird dann teleportiert zu dem, der zu Hause ist, legt die Sachen da ab und ziehen und kommen, der andere wird wieder zurück telefoniert in die Höhle sie die absolut beste Kommen, die man machen könnte finde ich jetzt so, wenn man kauft zumindest das müssen wir uns merken, wenn wir wieder in der Höhle ist und gehen wollen nö 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 ralweizen die Wüste läuft sich sehr lang nö n tej n nö 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 kuck kack volke nö wie viel Kaktus habe ich sechsunddreißig Nimmstück mit wie viele Aachen braucht ich habe schon wieder das Dexand gefunden Hahahaha ich hoffe hinter dieser Wüstenregion ist eine Schneeregion das wäre voll cool was ist denn das auch nicht und ich will sie tun es kann uns aussehen auf der Karte nö auch toll ist die Zeit Schippe kaputt was komisch ist wenn es mir gerade aufhört ist immer noch Tag da war auch die zweite Schaufel hin auch wie weit geht die Wüste denn noch die innen die 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 Ok, ich glaube die Wiesenregion endet hier, oder? Ich bin jetzt an der Teil der Welt angekommen, wo die Welt sich noch nicht regeneriert hat.